so moin leute herzlich willkommen zu einem neuen video wir sind heute in einem audi a6 video wir haben das doch schon mal angekündigt in einem teil ich glaube das war jetzt im getriebe spülen oder was haben wir noch gemacht genau die software geschichte wir wollen fahrwerke einbauen bei tees 4g und bei meinem 4f audi und zwar ist bei tees schon ein original oder ist noch ein originales drin gewesen bei mir ist ein fahrwerk drin das habe ich eingebaut und gedacht das kann funktionieren aber leider bin ich überhaupt nicht zufrieden mit der hat jetzt das nicht gewaschen aber mal so hingestellt und er hat jetzt schon sommerräder drauf damit wir das ein bisschen besser einstellen können ja was mich dazu stört das fahrwerk was jetzt drin ist ja das fahrwerk ist da zwar drin aber es ist mir viel zu tief und das fährt einfach scheiße nein scheiße ist auch über doch eigentlich ist es blöd ich finde es nicht gut macht keinen spaß herbeißer und tees haben es am eigenen leib erfahren wir sind damit nämlich einmal runtergefahren irgendwo in osten ziemlich ziemlich weiter weg und no way katastrophe guck mal wie tief der jetzt ist also das ist schon nicht wenig abgesehen davon dass die felgen komplett zerschrabbelt sind aber das ist schon echt nicht wenig jetzt habe ich aber ein restgewinne von sage und schreibe elf zentimetern also so viel nach oben habe ich noch ein ich komme nicht hoch also das problem ist ich will den namen der firma nicht nennen aber es ist eine katastrophe ich krieg es nicht eingetragen weil er zu tief ist b krisen nicht eingetragen weil ich nicht im stellmaß bleiben kann also das geht das fahrwerk ist eine vor sieben wenn er wenn der winterräder drauf hat sind 18 zoller jetzt das ist fast und fahrrad bleibt überall kleben überall hängen der unterboden sieht aus wie scheiße und da habe ich jetzt entschieden ich meine wer billig kauft zweimal so und jetzt kommt ein st fahrwerk rein ein st x so tisch genau dasselbe wir wollen ein bisschen zeigen was man machen kann das geile ist nämlich eigentlich st ist ja das kinderprodukt von kawi im aufbau ungefähr gleich das erzähle ich aber gleich wenn wir mal in den karton stehen da gibt es nicht viele coole sachen was zum beispiel auch merkwürdig ist seitdem das farbig da drin ist ich weiß nicht ob man das hört auf dem video aber das macht er permanent wo wäre es wahnsinnig in diesem auto das ist das macht keinen spaß also jeder der bis jetzt damit gefahren ist sagte dass etwas kaputt und eigentlich ist nichts kaputt also das farbig scheiße deswegen wir reißen das jetzt raus dieser ist schon auf der bühne vorbereitet wir gehen jetzt einmal hin das originale hatte schon rausgepflückt und wir schauen uns mal nicht frauberg an und dann gehen wir springen wir nachher irgendwann über unseren zeitraffer wie tief ist das da einbaut dann melden uns kurz noch mal wieder erfahren wir den rein dann denke ich mal wird das da auch einbauen und dann werden wir beide autos vergleichen tief sein haben wir jetzt nicht auf video aber wir werden herren auf jeden fall ein bild reinstellen können wir froh aussah ja gut dann gehen wir rüber ja sie ist ein 4g audi kennt ja aus dem softwarebildung halt das neue modell von meinem dann haben wir jetzt das st fahrwerk wie gesagt das ist natürlich auch ein bisschen bewerben jetzt gerade davon bin ich ganz ehrlich aber wir feiern das ziemlich das ist halt es wird gerade relativ viel bei uns bestellt und die nachfrage kommt immer öfter so erklär mal ein bisschen unterschied oder welches fahrwerk soll ich nehmen also ich hätte das teilweise auch gerade schon ein bisschen erklärt der harte unterschied dazwischen ist eigentlich da können wir gleich mal zum federbein nochmal gehen nee an ich hole eins das ist jetzt vom golf 1 also von von meinem war bereits das ist ein v3 also kw variate 3 mit druck und zugstufen verstellung das heißt ich habe hier oben stellrad was ich einstecken kann und den verstellen und unten kann ich auch einstellen wollen aber gar also das ist ein bisschen unterschied das gibt es beim st nur in der druckstufe das heißt wir haben immer hier oben sind ein stellrad das sind jetzt normale ich sag mal vergleichsweise ist das st da ist man hier oben auch da ist diese einstecken also das ist im endeffekt st ist genau das gleiche wie kawi bis auf dass das dämpferrohr in dem fall also die dämpfer selber sind hier aus edelstahl bei den st fahrwerken die technik ist aber das innenlebenspunkt gleich die technik hier ist da aber das ist nur verzinkte rohre sind sonst fehler wie rate stellt heller ist alles gleich das ist eigentlich ist ein kawi vorweg so und vergleich haben wir hier jetzt für die beiden fahrzeuge weder zug noch druckstufe hier ist es einfach vergleichsweise ein v1 von kawi ist heißt hier st xa st stimmt gar nicht st x genau das x a hier kannst du unterschiede auch immer sehen x x a x t a und x t a plus genau also jetzt mit den verstellmöglichkeiten kommt alles aus dem hause kawi dann gibt es noch die ap variante das ist dann dann wirklich der ap ist der wirkliche obereinsteiger also das haben wir so ein günstiges richtig günstige variante da sind auch dämpfer patronen anders federn sind anders ich sag mal ich mach kein vergleich aber ich sag mal in richtung einsteiger wenn ich sagt mensch ich will mal gewinne ausprobieren kann man auch ein ap nehmen ich würde aber immer zum einstieg immer ein st wählen so was ich eigentlich sagen wollte und was ich noch sehen wollen das liegt nicht darauf so da ist das gute stück das ist jetzt im vergleich das ist jetzt wie ihr bei dem anderen im gegenzug gesehen habt einfach nur ein verzinktes stahlrohr das wird irgendwann auf kurz oder lang wird das mal gammeln aber bei kw ist aber so dass diese diese gewinde sehr grob sind was gut ist weil war so ein fein gewinde was von anderen fahrwerken kennt in kombination mit einem alustellteller ich bin mal gespannt wie es bei dem ist das ist ein halbes jahr drin bei meinem alten und ich glaube das ist jetzt schon scheiß was das nur noch verstellen kann also du wirst hier trotzdem nur noch verstellen können aber auch über eine gewisse zeit ich sag mal wenn ich jetzt ein golf 1 hätte golf 2 wie auch immer was ich über jahre hin schon weg tunen und behalten möchte und weiß ich werde dieses auto lange fahren würde ich ein kw nehmen weil man eben durch die verstellung immer noch die gelegenheit hat also wird durch die edelstahl und kunststoff kombination immer wieder die gelegenheit hat das noch weiterhin zu verstellen und auch lange gut davon zu haben wird man hier auch aber muss ich sagen so eine autos hat man meistens nicht lange so gerade in unserem fall tuner kennen das so man ja schon lange von jemanden der autoaffin ist wenn ich jetzt ein auto so ein jahr habe und ich würde behaupten nach drei jahren kannst du es immer noch gut verstellen ist da jedem mitgeholfen so wenn es nach zehn jahren oder fünf jahren mal echt wirklich im arsch ist gut dann war es aber auch nicht ganz so teuer also ich sag mal es ist ungefähr preis leistungsverhältnis und v1 also kW v1 für so ein auto ist glaube ich 1400 euro und hier ist man jetzt knapp bei 800 euro uvp kunde immer individuell auf anfrage mal gibt es so eine aktion auch bei uns ja das schöne aber kW hat die farben ja wofür sie ja bekannt und prägnant sind was ich auch sehr geil finde bei st hat man die möglichkeit und das hat hier in dem fall gemacht er hat sich er konnte die farben ausführen von den federn hier da jetzt wie hieß das noch das grau coole frage ja auf jeden fall er konnte sich hier die farben auswählen normalerweise macht st das auch so schwarz gelbe kombination hier der grau wählen können plus hier steht jetzt hot wheels torsen drauf also ich finde ich so nice to have also das ist zwar günstiger als farbe aber du kannst hier so eine spielereien bestellen und das in der lieferung ging es auch relativ zügig noch also wir haben jetzt glaube ich drei wochen gewartet was aber human ist weil man ja meistens nicht zwingend unbedingt sofort ein farbe braucht ja also er hat diese kombi gewählt was ich witzig finde das kostet auch unwesentlich mehr kopf 49 oder 50 euro mehr sondern kann jeder kunde sich seine farben und auftrucke selber wählen ich habe das gemacht ich habe gedacht dass es ehe richtung lila geht ist aber auch nicht schlimm jetzt hat man ein bisschen was sei mal für die frauen denken zumindest meine sind pink finde ich aber auch nicht weil das stimmt jetzt im nachgang ich glaube ganz witzig sein wir wollen das einfach mal ausprobieren wie die farben so aussehen wie gesagt ich habe mir jetzt hier hobbit's turbo rauf machen lassen und hier ist eben hobbit's turbo diesen und ja das bauen wir jetzt ein aber ansonsten wie gesagt im vergleich hat das ist schwer zu sehen die winde sind gleich grob im endeffekt so wie gesagt hier ist steuer gehäuse und verzinktes gehäuse wir springen dann lieber zu thies kann er mal zeigen was er vor hat stellen wir die kamera auf und dann gucken wir aber ein bisschen zu wie es sein neues fahrer quasi einbauen so ich gebe aber ein thies und dann sehen wir uns gleich los geht's diesen link sieht das ja eigentlich erstmal gleich aus also den arm hier unten der wird natürlich getauscht der wird hier drauf gesteckt domlager bleibt oder domlager hat er in dem sinne ja nicht weil er eine vierrad lenker aufhängung hat also der stützteller oben bleibt auch alt und dann sieht das ja eigentlich recht ähnlich aus außer dass hier halt die höhenverstaltung drin ist recht einfach zu erkennen glaube ich drehst du den teller hoch oder runter je nachdem du hoch oder runter möchtest mit dem auto das ist natürlich bei dem original nicht gewährleistet das sieht einfach ist einfach starr über die feder quasi die höhe reguliert und hinten hinten ist das ein bisschen anders da haben wir quasi einen einzelnen dämpfer mit dem teller oben drauf also das ist quasi so wie drauf gesteckt und die feder hätten ist einzeln zeit ist nur beim auto also die feder steht quasi hier oben so drin kannst du sehen und der dämpfer geht quasi hier hoch und das ist einzeln also anders wie vorne hinten getrennt vorne ein teil bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, ich habe das jetzt eingebaut. Einbau ging eigentlich gut von der Hand. So sieht das Ganze jetzt aus, wenn es eingebaut ist. Eigentlich recht unspektakulär. Wie ich schon vorhin sagte, Dämpfer und Feder auf der Vorderachse einteilen. Ich habe das jetzt auf TÜV-Maß eingestellt. Also es ist schöner, wenn man das vorher macht, weil die sich im gespannten Zustand echt schwer verdrehen lassen. Also deswegen mache ich das immer vorher auf der Werkbank. Wenn ich schon weiß, im Gutachten steht ja meistens der, oder steht eigentlich immer der Verstellweg drinne. Ich habe jetzt den minimalen Verstellweg genommen, den ich, also das Minimummaß, was ich nehmen kann, um das eingetragen zu bekommen. Und wir schauen nochmal hinten. Und dann werde ich gleich einfach mal die Felgen rauf machen und mal schauen, wie tief der nun wirklich ist. Hier natürlich jetzt wieder getrennt. Feder zu Stoßdämpfer. Ja, das war es eigentlich. Ich packe die Räder rauf und wir schauen ihn mal draußen an, wie er dann steht. So, das Auto ist draußen. Er steht auf dem Boden. Wir machen jetzt einmal ein Bild rein. So, das werden wir auf. So, das werden wir auf. So, das war es eigentlich. Ja, 6,5 cm. Ist okay, finde ich, oder? Was hast du? Das war natürlich vorher wirklich ein Hochhaus, ne? Der sieht jetzt alles ein bisschen stimmiger aus. Ich wollte gar nicht, dass er so mördertief ist, so wie die Betsy von Kim. Der soll fahrbar sein, der soll... Ich habe bei mir im Carport zu Hause so eine Schwelle, da soll er jeden Tag rüberkommen und auch wenn man mal voll besetzt zu McDonalds fährt. Das haben wir auf dem Trailer hinter, das ist alles scheiße, wenn er so tief ist. Deswegen, so ist optimal für Straße jeden Tag. Ich bin den gerade auch immer schon eine Runde gefahren. Da schleift nichts, da klappert nichts, lödert nichts. Fühlt sich mega gut an. Du merkst eigentlich nicht mal, dass er tiefer gelegt ist. Normalerweise hast du ja so dieses harte Federn auf der Straße, dieses Bubbern. Das macht er gar nicht. Also, der ist trotzdem wirklich weich noch. Also, ich bin super zufrieden rundum. Ja, hier ist ein bisschen anders als bei mir, also eigentlich dasselbe. Nur, dass bei mir hier der Stumpen unten dran ja angeschraubt ist. Hier ist das ein Teil. Also, bei den alten Audis, bei den 4Fs, ist das noch ein Teil. Das haben sie dann irgendwann geändert. Ich finde das eigentlich cooler, weil es schneller auseinanderzubauen ist. Und du komplett den Teller oben mit den oberen Lenkern mit rauskriegst. Die sind hier an drei Punkten einfach geschraubt in der Karasserie. Bei mir ist das halt ein Domlager und der ist einzeln. Beides Vor- und Nachteile, denke ich. Das funktioniert, tut das, glaube ich, gleich und genauso gut. Dann steht das eigentlich schon mal drinnen und von oben verschraubt. Ich drehe dir immer erstmal nur lose gegen, dass ich das nachher setze, wenn der am Fußboden steht. Dann lasse ich den ab und drehe die dann fest rein, weil dann setzt sich das Fahrwerk selber dahin, wo es hin will. Man hat ja vorhin gesehen, da sind so runde Hülsen drauf, oben auf dem Teller. Und der rückt sich dann in die Position, wo er hin soll. So, jetzt hängt er schon mal wieder grob in seiner Position, der ganze Giraffe hier. So, Fahrwerk ist drin. Thies hat Gas gegeben. Vor seinem Auto schon mal runter, der Auto, der Auto, der Audi auch runter. Was sagst du vor dem Ein-Ausbau so? Ja, zum Fahrwerk. Alle Scheiße. Also, der merkt schon, dass der ein bisschen älter ist vom Ganzen so. Aber im Prinzip ist das ja alles dasselbe. Hinterachse ist ja ein bisschen anders, weil das ein Quadro ist, aber ansonsten ging das eigentlich. Und man hat schon beim Rausfahren gemerkt, dass das ein ganz anderer Schnack ist. Also, schon kein Geklappert mehr, kein Quietschen mehr. Der federt ein bisschen und jubbelt nicht nur so oben auf dem Dämpfer oben drauf rum. Wir können das nochmal hier, das ist das Erste, was ich gerade gemacht habe. Thies sind runtergelassen, muss ich erstmal gucken, ob das. Jo. Ein Traum. Die einfache, denke ich. Katastrochwürdig. Echt richtig scheiße. Also, das war nicht cool. Also, der ist jetzt auch auf unterstem TÜV-Maß. Und ich finde, das sieht trotzdem noch echt ansehnlich aus. Der könnte stimmiger wäre, vorne ein bisschen höher oder hinten ein bisschen tiefer. Aber der kriegt da auch ein bisschen Beladung und so, das ist schon ganz okay. Außer im Gesetz ist das auch noch nicht. Ne, Wurker, sag ich, ich bin noch nicht gefahren. Zwischen kommt der noch, ne? Also, das Ergebnis ist hier ein bisschen cooler als bei mir tatsächlich, finde ich. Vielleicht aber auch, weil meine Felgen-ET und so nicht so ganz geil gewählt ist. Ist ein bisschen weit drin, ne? Ja. Aber ansonsten haben wir geil. Gibt es eigentlich ein Bild davon mit den pinken Federn? Jo, ein bisschen haben wir beim Einbau. Cool. Ich freue mich. Und jetzt noch eine neue Bremse vorne rauf. Warum eigentlich? Weil die innen, also außen geht noch, aber innen ist Schott. Ja, und dann bin ich bis jetzt schon mal echt zufrieden. Also, wie gesagt, das ist jetzt fast genauso tief wie vorher. Ein bisschen höher. Aber vorher war da ja wirklich ein bisschen kriminellerweise hier irgendwie so. So, aber jetzt ist das TÜV-Maß. Ich glaube, es schleift auch nicht, so wie es aussieht. Noch nicht. Also, es geht auch tief und vernünftig. Fahren bin ich mal gespannt. Da wird es demnächst mal Rückmeldung geben bestimmt. Das alte Fahrwerk, wenn einer ein A6 4F hat, kann er sich gerne melden. Das veräußern wir. Also, für Null, fürs Abholen und Danke sagen. Nehmt eine Flasche Steuermarke oder Juggie mit, dann ist das eure. Äh, euer. Dann ist das euer Fahrwerk. Wie gesagt, ich habe da keine Lust dazu. Ihr könnt ja, ihr könnt ja sagen, ne, ach, ist doch doof. Doch, könnt ihr. Das ist ja nicht mein Bier. Ihr könnt ja mal in die Kommentare hauen und raten, welches Fahrwerk das war. So, und wenn ihr, und wie gesagt, dann meldet euch einfach via Kommentar und macht da einen witzigen Post zu. Und wer den besten gemacht hat, wie gesagt, kann eine Flasche Jack Daniels mitnehmen oder eine Flasche Kurze für uns oder so. Und dann kann er das Fahrwerk abholen. Wir packen das in einen freundigen Karton. Sauber mache ich es nicht. Und dann könnt ihr es abholen. Ich bin froh, ich wollte es eigentlich Bjarne schenken, aber ich wollte es auch nicht haben. Ich habe lieber Federn genommen. Ja, stimmt. Bjarne hat es dann auch mit Federn tiefer gelegt. Also mittlerweile sind die alle so ein bisschen im Sommer. Ja, Leute, ich hoffe, das war interessant für euch. Ich meine, das ist ein Fahrwerkeinbau, das ist nicht mega, mega aufwendig oder beziehungsweise irgendwie, wo man sagen kann, da kann man etwas falsch machen, großartig. Aber der Unterschied ist schon immens. Also von der Qualität auch her. Ich würde euch das gerne zeigen wollen, aber das kann ich nicht. Man sieht schon, das waren jetzt vier Monate und das sieht aus, als ob man da drei Jahre drüber war. Und auch die Gewinnung, die Gewinnung, alles schon dicht gesetzt mit Schnatter und das ist nicht cool. Ich war ja auch mehr gedacht, um mal zu zeigen, was bei ST eigentlich möglich ist. Genau. Mit dem Fahrwerk, mit den Farben und den Schriftzügen. Genau. Was eigentlich der Unterschied ist und wie das optisch anders aussieht. Ja, also Optik ist, finde ich, jetzt auch besser. Es ist stimmiger noch. Wie gesagt, ein bisschen setzen wäre noch geil, aber ansonsten schon mal sehr zufrieden. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wie gesagt, vergesst das mit den Kommentaren nicht, beziehungsweise meldet euch, denn wenn's zu lange liegt, geht's im Müll. Dann, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Abo da, ein Like, wie auch immer, was ihr euch so, wie euch das so gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal, noch einen kleinen Carpon von Tearbeißer und dann sehen wir uns im nächsten Streifen. Bis dann. Ciao. Check the mic and make sure it sound right, boys. Bis dann. Ciao.